In diesem Kurs geht es ums Art Journaling, das heißt nichts anderes als das Malen in einem Heft im Deutschen oder das Maltagebuch. Und der Kurs ist wirklich aus meiner absoluten Herzensmission entstanden, nämlich auch andere, also dich, anzustecken mit diesem Art Journaling Flow. Für mich hat sich da alles mit geändert, als ich das für mich entdeckt habe. Und ich möchte mit dir alle meine Tipps, Tricks, meine Erfahrungen teilen und dir zeigen, wie meine Art des Art Journalings ist. Und das Besondere an diesem Kurs ist nicht nur, dass wir acht Wochen miteinander den Weg gehen, sondern dass ich dir auch zeige, wie du deine Seelenfarben finden kannst. Etwas ganz Besonderes, wie ich finde. Und der Kurs ist so aufgebaut, dass du jeden Freitag eine Mail von mir bekommst mit den neuen Videos. Also es gibt einen geschlossenen Mitgliederbereich, wo du Zugang hast und da gibt es dann die Videos, die du dir anschauen kannst und direkt mitmalen. Gleichzeitig aber ist mir ganz wichtig, dass du begleitet wirst und deshalb gibt es die exklusive Facebook-Gruppe, wo schon andere Zauberfrauen drin sind. Und ich antworte dir, du kannst deine Bilder posten, du kannst Fragen stellen, du siehst auch die Bilder der anderen und es sind schon ganz wunderbare Begegnungen dort entstanden. Und das, was auch noch besonders ist, es gibt eine Live-Painting-Session von ca. 90 Minuten mit mir, nur in dieser Gruppe, ganz exklusiv. Also ich kann dir nur sagen, mein Leben hat sich auch durchs Art Journaling komplett geändert, auch wenn manche denken, es ist ja normal. Nein, ich glaube daran, dass es transformativ ist, wenn du dich wirklich mit dem Malen beschäftigst und so malst, wie deine Seele sich ausdrücken möchte. Ich freue mich, wenn du uns begleitest, dann komm an Bord.